Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Tasty Tasty, für die, die mich noch nicht kennen. Ich heiße Laura und heute habe ich wieder das coole My Little Box Unboxing. Und die kommt heute irgendwie ein bisschen größer daher als sonst, habe ich das Gefühl. Und reingegucken kann ich noch nicht, ich habe sie gerade nur geöffnet. So sieht es aus, der Beutel gefällt mir auf jeden Fall schon mal mega. Das ist diesmal alles drin. So sieht es aus, ist ein bisschen weich. Gucken wir einfach direkt mal rein, würde ich sagen. Und ich greife einfach mal was raus. Oh mein Gott, wie cool! Wir haben hier das Rituals, Ritual of Happy Buddha. Ja, das ist Schauergel. Das ist ja wohl mal mega cool. Ich liebe Rituals mittlerweile. Ich fand es erst ein bisschen zu overhyped, muss ich sagen. Aber die Produkte, wenn man die einmal getestet hat, sind die schon echt mega geil. Also da freue ich mich auf jeden Fall schon mal sehr drüber. Und jetzt sehe ich schon das passende Produkt zum Beutel. Und da haben wir ein Gel Funky Fresh. Gelee Fresh Saint-Ylan. Was bedeutet das denn hier schön? Du hast eine lange Nacht hinter dir, brauchst jetzt eine erfrischende Expresspflege. Das schimmernde Funky Fresh Gel. Müde Haut, sofort wieder munter einmassieren. Schall in der Tagespflege zu sein oder sowas in der Art. Ich würde das ganz gerne mal testen direkt. Ob das jetzt was... Ups, da flog es schon. Sieht rosa aus. Riecht ganz neutral. Ich bin mal gespannt. So sieht es aus. Und wenn man das jetzt so einmassiert, das hat so einen kühlenden Effekt, würde ich sagen. Ja, riecht auf jeden Fall ganz lecker. Also nicht zu penetrant. Als nächstes haben wir hier was von Mixer. Es sind echt große Produkte diesmal drin, muss ich sagen. Und zwar das Hyaluron Fresh Body Lotion. Ich bin ja kein Fan von Body Lotion, deswegen gebe ich das einfach an meine Oma weiter. Die freut sich immer. Die braucht das immer viel. Ist mit Hyaluronsäure für normale bis trockene Haut. Also ein super Feuchtigkeitsspender auf jeden Fall. Und jetzt ist hier noch ein kleines Kärtchen drin. Und dann kommt das Hauptprodukt. Und ich glaube, das ist richtig cool. Auf jeden Fall habe ich die Farbe schon entdeckt. Und es ist so ein kleiner Beutel. Und der ist richtig süß, oder? Aber guck mal, wie süß für den Sommer so zum Umhängen, wenn man einfach mal so ein bisschen spazieren geht. Den finde ich echt mega niedlich. Also der gefällt mir richtig gut. So sieht der aus. Süß, oder? Finde ich echt cool so zum Umhängen. Der gefällt mir auf jeden Fall mega gut. Also die Box fand ich richtig cool. Mein Favorite sind auf jeden Fall die Tasche und das Duschgel. Der Rest ist auch ganz nett. War jetzt aber nicht, was ich jetzt unbedingt brauchen könnte. Aber das fand ich echt auf jeden Fall ganz cool. Da weiß ich auch schon, wie ich die Stylen werde, die Tasche. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ansonsten guckt gerne bei meinem Instagram vorbei. Da gibt es eine riesenfette Verlosung. Das ist nur ein Teil davon. Hier liegt noch einfach alles voll mit Beauty, was ihr da gewinnen könnt. Ich verlinke euch meinen Instagram-Kanal auf jeden Fall unten in der Infobox. Genauso wie die My Little Box. Da könnt ihr auch reinschauen, wenn die euch interessieren sollte. Und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Und sage bis dahin. Tschüss, eure Laura.